Drama! Es zerreißt mich in der Einführungsrunde, in der Leitplanke. Könnt ihr euch schon denken, was da passiert ist? Ja, aber so nicht. Was war das? Meine Wheelbase ist wieder aus. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Was soll'n das, Alter? Das gibt's nicht. Einfach ausgegangen wieder. Das ist schon das zweite Mal heute. Das gibt's nicht. Wir starten aus der Box. Force-Feedback weg. Lenkung hing so. Autopilot. Ab in die Bande. Autoschrott. Die ganzen Tage, wo wir trainiert haben, ist nicht einmal das passiert. Heute passiert's. Heute passiert's.